hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom spiel secret files tungus gar ja in der letzten folge wurden wir ja leider vom max getrennt der ist jetzt hier hinter der tür max die tür schon aufbekommen hätte würde er wohl jetzt neben mir stehen und wir können irgendwie nicht vor und nicht zurück sie hat gesagt dass sie mich hier den aufzug nutzen wollte um runter zu gehen das werden wir jetzt auch mal eben machen okay als körper ventil jemand hat das rad entfernt mit dem sich das ventil auf und zu drehen lässt jetzt ist da nur noch eine stange hatten wir nicht etwas gewindeschneid ich habe ein gewinde aufgedreht okay perfekt bzw ach so das muss man muss man jetzt noch mal machen ich weiß auch gar nicht wofür das jetzt ist wenn ich jetzt ehrlich bin das rohr ist kalt okay ist das jetzt gut oder schlecht was haben wir denn hier noch tür manche umhängt noch eine kamera sich keine der überwachungskameras hoffentlich hat max im kontrollraum die monitore immer im blick ja das wollen wir hoffen hier können wir nichts machen okay dann erst mal die tür ich stimmen dahinter solange ich keine armee hinter mir habe sollte ich da nicht unbedingt rein okay was für ein riesiger eiszapfen den kriege ich so nicht ab dafür ist er viel zu massiv also brauchen wir was zum schlagen womit können wir denn alles schlagen mit der angelrute vielleicht ist ziemlich groß hit im pümpel kanal mit dem eimer schild ich weiß es okay was für ein riesiger eiszapfen ja das heißt ja mal frauen stehen auf groß aber ich kann nur sagen es ist nicht so aber eiskalt muss es auch nicht sein da ist noch eine tür mir denn jetzt alles durchgeguckt hier ist noch ein heizkörper den man benutzen können das so der heizkörper fühlt sich kalt an ein heizkörper ne echt okay okay die kümmer mitnehmen so wie es aussieht oder auch nicht da geht es nicht mit da ist es nur dass ich das so nicht benutzen kann ich weiß es nicht hier wird zumindest nichts grün kann man nicht hier irgendwas da muss man das andersrum machen schauen wir uns erstmal noch mal kurz um da sind zwei aufkleber drauf explosionsgefahr und nicht mit wasser in berührung bringen dafür dass das zeug so gefährlich sein soll macht das fass aber keinen sehr stabilen eindruck nicht mit wasser in berührung bringen kann ich da nicht irgendwas mit dem zapfen machen das schild warnt davor dass bei kontakt mit wasser chemische reaktionen ausgelöst werden könnten die farbe ist dermaßen brüchig dass sie schon beim anschauen abbröckelt also ich würde jetzt mal glatt behaupten dadurch dass das kann man das nehmen kommt doch mal wieder das deckel jetzt nicht auf okay gut perfekt was haben wir jetzt genommen schraubenschlüssel mehr fällt mir dazu irgendwie auch nicht ein ja das ist nicht schlimm ich weiß nicht ob wir den jetzt irgendwo mit benutzen können oder so wahrscheinlich eher nicht aber wo ist denn das ding jetzt ach verlängerter schraubenschlüssel okay kann man den jetzt irgendwo mit benutzen ich glaube nicht oder obwohl ich habe eben schon gesagt ich glaube nicht und plötzlich konnte man die kombinieren so was habe ich jetzt gerade gemacht moment ich habe den jetzt gemacht so ich wollte jetzt erst mal gucken an einigen brüchigen stellen sieht man das eis hinter dem mauerwerk wir müssten uns also unterhalb des meeresspiegels befinden okay ich bin zwar jetzt hier drauf gegangen warum das jetzt die eiswand ist aber einen großen radius hier mit das rohr das rohr führt durch die wand in den gang ja das ist das rohr der heizung kann man vielleicht aber das hat doch nicht funktioniert hier doch jetzt funktioniert es hä kriege ich das denn irgendwie hier verbunden auch perfekt die frage ist jetzt nur ich muss wahrscheinlich ein eimer darunter stellen oder so oder auch nicht wie fange ich denn das wasser auf also wenn das flüssig wird oder ist die idee dahinter jetzt dass man das irgendwie heiß macht und das dann rausrutscht und das dann hier gegen kracht aber dann kommt es jetzt nicht direkt mit wasser in verbindung ich weiß nicht ob das jetzt so hinhaut also sind schon sehr komische experimente teilweise hier drin gewesen deswegen würde es mich jetzt auch nicht wundern ja aber dafür müssten wir jetzt dafür sorgen falls ich das jetzt wirklich nicht mit dem eimer machen muss müsste ich dafür sorgen dass die heizung heiß wird ein heizkörper kann ich das mit dem feuerzeug irgendwie machen der heizkörper fühlt sich kalt an das ding nicht irgendwie aber dann explodiert das teil wahrscheinlich oder können wir das hier in einem rohr ich kann die kamera abfackeln kein feuer in der heizung na dann wollen wir mal den passenden knopf suchen der etwas einheizt so das sollte es gewesen sein ach die können sich damit verständigen oder wie das rohr ist kalt es ist immer noch kalt kann man das jetzt hier nochmal gewisser herr scheint haben wir das jetzt schon hier gemacht können wir denn irgendwie mit ihm sonst noch kommen kombinieren kommunizieren dass er irgendwas anderes macht vielleicht ich meine das haben wir jetzt schon hier ja silikon vielleicht irgendwo anders benutzen ich habe doch keine ahnung das schild eigentlich benutzen ok ansonsten können wir anscheinend nicht mit ihm sprechen ja das ist jetzt natürlich mit den händen kann ich das weder auf noch zu drehen eigentlich sollte es jetzt warm werden aber der heizkörper bleibt kalt oder kann ich jetzt noch mal jetzt noch mal alles probieren ich weiß es nicht so nach dem motto da ist was kaputt schraubenschlüssel wir müssten das reparieren das ist noch nicht warm genug oder irgendwie sowas das hatte ich doch keine entschuldigt dass ich jetzt gerade so still bin aber das ist jetzt aus doppelten sinne erstmal weil ich jetzt echt am überlegen bin und dann weil ich irgendwie das gefühl habe dass ich jeden moment wieder einen husten und kriegen könnte da hinten über nichts machen moment was ist das die mutter ist aus der halterung der rohre rausgebrochen als ich den eiszapfen da hinein geklemmt habe moment können wir die eventuell damit verbinden weil die das ist ja auch eine was war es jetzt sechs kann dort acht kann ich aber jetzt nicht so darauf geachtet theoretisch müssten wir die dann doch okay perfekt die frage ist ist jetzt warm eigentlich sollte es jetzt warm werden aber der heizkörper gluckert nur vor sich hin ich vermute mal es befindet sich zu wenig wasser im heizkreislauf kann ich ja noch mit den händen kann ich das weder auf noch zu drehen okay ich kann es aber auch nicht noch mal machen okay das ist schlecht was ist hiermit ist das auch kalt das rohr ist kalt können wir jetzt vielleicht irgendwas kommunizieren mit dem motto ein feuer keine ahnung einmal und wenn den flachmann habe ich noch nicht vielleicht nach dem motto wir möchten ich möchte mit ihr danach einen trinken gehen oder sowas ach komm jetzt wieder zurück in meine in mein monitor rein es ist doch doof können wir auch nichts machen das rohr führt durch die wand in den gang ist ja entweder stehe ich jetzt hier völlig auf den schlauch ich meine wir könnten es doch einfach erhitzen mit feuer würde ich jetzt mal persönlich sagen aber es wäre wieder so einfach deswegen müssen wir irgendwie so eine selten dämische konstruktion bauen moment was ist denn ich komme doch dahin wo man das ei rein tun kann oder mittlerweile ist mir warm genug die bösen buben können gerne weiter frieren was ist jetzt euer ernst ich glaube das ist eine wasserpumpe sie läuft aber nicht ist bestimmt verantwortlich für fließendes wasser und die heizung deswegen ist ja 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 gibt keinen mux von ja okay mit den händen kann ich das wieder auf ja aber mit was anderen willst du es ja nicht benutzen das ist ja das problem das ventil ist aufgedreht aufgedreht ist es aber es ist ein heizkörper kalt eigentlich sollte es jetzt warm werden aber der heizkörper gluckert nur zu wenig wasser wie können wir ihm sagen dass wir zu wenig wasser haben anscheinend irgendwie gar nicht eine der überwachungskameras hoffentlich hat max im kontrollraum die monitore immer im blick telefon keine ahnung ganz ehrlich das nervt mich jetzt weil ich irgendwie so das gefühl habe dass wir jetzt kurz vorm ende stehen und wir hier nicht weiterkommen und ich ja schon alles gedrückt habe was man drücken kann und alles kombiniert habe was man kombinieren kann kann man untereinander vielleicht irgendwas kombinieren aber da habe ich ja eigentlich schon alles versucht dem feuerzeug irgendwas ich brauche erstmal keine ich brauche erstmal keine ja ja ok achso ich habe es nicht mehr ok ok es wäre so einfach wenn man einfach mal ihm das ei zeigen könnte silikon können wir irgendwas mit dem silikon machen keine ahnung ja ich verstehe auch nicht warum wir benutzen kann ich die auch nicht ne ich verstehe nicht wieso wir hier so überhaupt nichts mehr machen können das auch nicht meines erachtens nach habe ich jetzt wirklich alles schon mit allem kombiniert äh äh hä die farbe ist an dem silikon kleben geblieben mit etwas fantasie kann man tatsächlich das schild wieder erkennen ok die abgeblätterte farbe von dem schild ist jetzt auf dem silikon abdruck das kein wasser symbol ist halbwegs gut zu erkennen kann man das jetzt noch mit irgendwas kombinieren muss ich hier irgendwie ein feuer legen oder irgendwas kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen dass das jetzt hier des rätsels lösung ist ach ach ne 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 ach wenn mein plan funktioniert und max meinen hinweis versteht wird die heizung warm und damit auch die rohre in denen der eiszapfen steckt wenn der dann schmilzt und aus den rohren raus rutscht wird er hoffentlich das fass von dem regal auf den boden schubsen und sobald der deckel von dem fass aufgeht und diese hochexplosive chemikalie mit dem eis auf dem boden in berührung kommt macht's kabumm ein toller zeitzünder wenn ich hier irgendwie raus könnte ich sollte also gleich anschließend das ventil wieder schließen sonst fliegt die ganze bude mit max und mir zusammen in die luft wasser heizung fehlt da wasser in der heizung ich werde mal schauen ob ich hier irgendwo ein regler für die wasserzufuhr finde ich hoffe das war der richtige schalter oh verdammt nina pass auf hab ich doch richtig gehört die dame hat es also tatsächlich geschafft sich zu befreien dann komm mal mit der chef freut sich schon drauf dich endlich mal kennenzulernen